...Sandra Molema, das ist sicherlich das Duell, auf das wir hier schauen werden. Mit Scott & Paul Smith, Helmfarbe Weiß und Markus Brandhofer und Sandra Molema mit dem grünen Helm. Also, wir sind gespannt, vier Runden und wir wissen, was haben wir. So, fahren wir genau um. Und jetzt... ...Wenn Jahrling an dritter Position im Moment nach der ersten Runde. ...Sandra Molema sind hier knallhart dabei. Ja, liebe Fans, und sollte es so bleiben, habt ihr hier ein... ...und dann doch einen... ...zwei, ...wennstelle hier... ...die ich ja... ...und nicht befreitlich... ...der Mentner, der Schienen kann. Hörste Frück und Herr Prebe, Joelma... ...die haben 2 Punkte genau so. Also im Moment haben die 300 Kostet zwar 4 Punkte, aber das wäre keine Gleichzeit, would Leute, die letzte Runde. Also, wer mit Gott und Fortschritt ist, gehen wir noch mal auf den Wingsfesten vor. Und dann, mit Gott und Fortschritt, die letzte Kurve. Und dann, das ist vielleicht noch mal in die Spur. Alter, was geht hier ab? Da sind die fast gleich auf uns. Ich hole mich in den Fortschritt.